Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. In der Vortragsreihe Babelsberger Sternennächte am Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam hat Miko Krumpe einen Vortrag gehalten. Und zwar ging es um die letzten Starts von Starship. Das ist ja das Raumschiff, das uns dann irgendwann zum Mond bringen soll. Es wird weitere Starts geben, aber bei den letzten ist ein bisschen was schief gelaufen und er wird dann genau erklären, was das war. Und natürlich auch darauf eingehen, welche Rolle SpaceX als Privatunternehmen spielt in der Raumfahrt. Viel Spaß dabei! Ich freue mich, dass Sie auch zum zweiten Teil unserer Miniserie Die Rückkehr zum Mond wieder reingeklickt haben und werde Ihnen heute die neuesten Informationen und auch Neuigkeiten präsentieren. Am 18. November 2023 startete die bisher größte und leistungsfähigste Rakete ins All. Insgesamt hoben hier 5000 Tonnen Masse ab mit 7000 Tonnen Schub. Nie zuvor wurde eine so große Anzahl von Triebwerken, nämlich 33, gleichzeitig gestartet und erfolgreich bis zum Ende betrieben. Und die erste Stufe dieser Rakete alleine verbraucht 20 Tonnen Treibstoff pro Sekunde. In unserem heutigen Vortrag möchte ich Ihnen erklären, warum auf einmal alle wieder zum Mond wollen, warum aber das auch sehr schwer ist und warum es auch Sinn macht, aus einem Mondorbit vielleicht später einmal zum Mars zu fliegen. Außerdem werde ich Ihnen ein Update geben von den letzten zwei Starship-Starts der Firma SpaceX. Um die Frage zu klären, warum auf einmal alle wieder zurück wollen zum Mond, müssen wir 15 Jahre zurückgehen. Damals hat eine Entdeckung unsere Sicht auf den Mond geändert. Damals haben wir nämlich in den dunklen Polregionen, das sind die Regionen, wo sie immer unter minus 170 Grad Temperatur haben, eine hohe Anzahl an Wasserstoff gefunden. Später hat sich herausgestellt, dass das Wasser sein könnte. So hat die NASA dann eine weitere Mission gestartet und bei der hat man nicht alle Raketenteile abgeworfen, sondern die Oberstufe, die ausgebrannte Oberstufe mit zum Mond genommen. Diese hat man dann benutzt, um in einen Krater reinzukrashen, Material aufzuwirbeln und dieses genau zu untersuchen. Und dabei hat man wirklich Wasser gefunden. Die Konzentration des Wassers konnte mit etwa 5 bis 6 Prozent bestimmt werden. Das ist sehr hoch im Bereich, wo die Apollo-Missionen gelandet sind, hatte man unter 0,1 Prozent Wasseranteil gefunden. Wenn man nun alle Regionen zusammenrechnet, kommt man in den Bereichen der Pole auf eine gesamte Wassermenge von etwa 100 bis 1 Milliarde Tonnen Wasser. Nur im Vergleich, Sie kennen die großen Seen in Amerika, nehmen Sie davon ein, das ist etwa die komplette Menge an Wasser, die man hier auf dem Mond finden kann. Nun möchte man aber erkunden, wie leicht man an dieses Wasser herankommt. Daher wird die NASA mit einer privaten Firma zusammen eine Mission starten, Prime 1. Und diese wird auf der Südpolregion landen und dort einen Meter tief in den Mond hineinbohren, um zu analysieren, kann man hier leicht reinbohren, wie viel Wasser ist dort wirklich vorhanden in dem obersten Meter. Dort wird vor allen Dingen der Bohrmechanismus erkundet. Funktioniert dieser, wird dann Ende 2024, vielleicht eher 2025, ein kleiner Roboter zum Südpol fliegen, dort landen und an verschiedenen Stellen immer wieder bohren und gucken, wie viel Wasser ist dort vorhanden. Warum wir nun wirklich zurück zum Mond fliegen, dazu möchte ich nochmal zurückkommen zur Erde. Sie sehen hier die Erde und diese dünne Schicht, das ist unsere Atmosphäre. Also die Atmosphäre und das Wasser, was Sie auf unserem Planeten sehen, das ist das, was uns eigentlich am Leben hält. Und Sie sehen vielleicht auch hier links oben diese kleine Struktur, das soll die Höhe der ISS im Vergleich zum Durchmesser der Erde darstellen. Das ist die einzige permanente Station der Menschheit, die wir im Weltraum besitzen. Sie sehen also, weit sind wir noch nicht gekommen. Der Mond dagegen ist eine komplett andere Größenordnung. Ich habe das hier mal dargestellt. Hier sehen Sie in Originalskalierung die Größe der Erde und die Größe des Mondes und den Abstand. Das sind im Mittel etwa 385.000 Kilometer. Hier gibt es auch einen ganz besonderen Punkt, der sogenannte Erdmond Lagrange Punkt 1. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Kugel und nehmen diese Kugel und stellen die hier irgendwo hin. Hier würde die Kugel die Anziehungskraft der Erde spüren und würde zur Erde fallen. Stellen Sie die Kugel hier hinten hin, würde diese Kugel die Anziehungskraft des Mondes spüren und zum Mond fallen. Genau an diesem Punkt gleichen sich die Kräfte aus und die Kugel würde stehen bleiben. Diesen Punkt werden wir noch öfter in diesem Vortrag brauchen. Von daher bitte ich Sie, sich den zu merken. Der Abstand vom Erdemond Lagrange Punkt 1 beträgt etwa 58.000 Kilometer vom Mond betrachtet. Wenn wir nun also zurückfliegen sollten zum Mond und es gibt dort wirklich sehr viel Wasser, wird uns dieses Wasser erlauben, nicht nur zum Mond zurückzukehren, sondern dort permanent zu bleiben. Und das ist der Grund, warum natürlich die Entdeckung von Wasser auf dem Mond alles verändert. Wir können mit dem Wasser Trinkwasser herstellen für die Menschen, die dort leben. Wir können die Pflanzen bewässern, uns also Lebensmittel anbauen. Und wir können auch Treibstoff, Raketentreibstoff, direkt auf dem Mond herstellen. Wir müssen diesen also nicht mehr sehr teuer von der Erde zum Mond fliegen, sondern direkt auf dem Mond kann dieser hergestellt werden. Nichtsdestotrotz brauchen Sie noch weitere Dinge. Aber auch alles das können Sie wunderbar von Südpol zum Beispiel tun. Und zwar eine Kommunikation. Sie können den hohen Kraterrand benutzen, um dort eine Antenne hinzustellen. Und so haben Sie jederzeit Kommunikation mit der Erde. Außerdem können Sie dort auch Ihre Solarflächen hinstellen, weil diese werden ständig von der Sonne beleuchtet. Und so haben Sie eigentlich alles, um dort eine permanente Station der Menschheit aufzubauen. Nun kann man aber noch weiter zurückgehen und fragen, was ist denn nun eigentlich die Motivation, dort wieder hinzugehen? Und da hört man sehr oft, ja, wir müssen das Überleben der Menschheit sichern, weil auf unserer Erde werden wir nicht für immer leben können. Und wir müssen Kolonien im Weltall gründen. Das mag richtig sein. Ich glaube aber, das ist im Moment nicht der Hauptgrund, warum wir wieder zum Mond fliegen. Der Hauptgrund sind meiner Ansicht nach politische und vor allen Dingen wirtschaftliche Interessen. Ich werde Ihnen zeigen, dass man wahrscheinlich mit der Landung auf dem Mond und den neuen Technologien sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Daher haben im Moment sehr viele Nationen das Interesse, diese Technologien zu entwickeln. Sie können nicht nur damit auf dem Mond landen und dort eine permanente Station aufbauen, sondern Sie können mit diesen neuen Techniken auch Rohstoffe im Weltraum ernten. Also was meinte ich damit? Sie können ja nicht damit nur zum Mond fliegen, Sie können auch zum Mars fliegen, Sie können auch zu Asteroiden fliegen. Wir wissen, dass Asteroiden sehr, sehr viel seltene Metalle besitzen. Wenn sie in der Lage sind, relativ einfach dorthin zu fliegen, dort diese Metalle zu entnehmen und wieder zurückzubringen zur Erde, können Sie das natürlich sehr gut hier verkaufen. Des Weiteren bestimmen Sie den Zugang zum Weltraum. Wenn Sie ein Raketenkonzept entwickeln, was bedeutend günstiger ist als alle anderen Anbieter, wird man fast nur noch mit Ihren Raketen starten und sozusagen bauen Sie sich ein Monopol auf im Raketenzugang zum Weltall. Des Weiteren ist es natürlich auch für uns Forscher interessant, weil Sie können mit den neuen großen Raketenreifen die man für solche eine Mission braucht, natürlich auch ganz neue astrophysikalische Experimente zum Mond bringen oder in den Weltraum. Auch für die Materialwissenschaften kann dieser neue Schritt, ständig auf dem Mond zu leben und auch dort forschen zu können, ganz neue Perspektiven eröffnen. Ich würde gerne mit Ihnen betrachten, warum es aber so schwierig ist, zum Mond zurückzukehren. Und da müssen wir uns die Anforderungen an die Rakete angucken. Da spricht der Raketeningenieur von dem sogenannten Delta V. Das ist die Änderung der Geschwindigkeit. Lassen Sie mich das kurz in diesem Graphen erklären. Keine Panik, ich erkläre hier alles. Wir haben hier unsere Erde, wir haben hier unseren Mond, hier ist der Mars und hier gibt es noch zwei Punkte. Das ist einmal Leo, das ist der sogenannte Nah-Erd-Orbit, halt auf Englisch ausgedrückt Low-Earth-Orbit. Und wir haben hier unseren Punkt, den ich schon gerade eingeführt hatte. Das ist der Erde-Mond Lagrange Punkt 1. Sie sehen jetzt hier immer in blau, bei diesen blauen Linien, eine Zahl. Das ist die notwendige Geschwindigkeitsänderung, die eine Rakete bereitstellen muss, um diesen Punkt zu erreichen. Also wenn Sie von der Erde in eine niedrige Erdumlaufbahn möchten, muss die Rakete in der Lage sein, mindestens 9,5 Kilometer pro Sekunde an Geschwindigkeitsänderung bereitzustellen. Jetzt werden die Fachleute unter Ihnen sagen, Moment mal, das müsste doch eigentlich die erste kosmische Geschwindigkeit von 7,9 Kilometer pro Sekunde sein. Ja, das ist korrekt, aber wir müssen noch die Erdatmosphäre überwinden. Also wir müssen ja durch die Erdatmosphäre durch, haben da sehr starken Luftwiderstand und da kommen noch mal zusätzliche 1,5 bis 2 Kilometer pro Sekunde zusammen. Und wenn Sie dann noch vom Äquator in östlicher Richtung starten, dann können Sie auch wieder 0,5 Kilometer pro Sekunde abziehen, weil Sie den Schwung der Erdrotation mitnutzen. Wollen Sie dann aus der nahen Erdumlaufbahn weiterfliegen, zum Beispiel zum Mond, sehen Sie, dass Sie zusätzlich noch mal 3,8 Kilometer pro Sekunde benötigen, um zu diesem Punkt zu kommen, den ich Ihnen vorhin beschrieben habe. Möchten Sie dann auf dem Mond landen und müssen Sie ja die komplette Geschwindigkeit, die Sie aufgebaut haben, wieder rausnehmen aus Ihrem Raumschiff, sondern crashen Sie auf dem Mond. Und so muss die Rakete weitere 2,5 Kilometer pro Sekunde bereitstellen können, um auf dem Mond zu landen. So können Sie nun mithilfe dieses Diagramms alle möglichen Wege zusammenstellen und zum Beispiel auch berechnen, wie viel Geschwindigkeitsänderung brauchen Sie bis zum Mars. Das sind hier in diesem Fall 20,2 Kilometer pro Sekunde. Auf dem Mars können Sie aber einen Trick machen. Auf jedem Himmelskörper, der eine Atmosphäre besitzt, also wie zum Beispiel unsere Erde und auf dem Mars, müssen Sie nicht unbedingt die Rakete benutzen, um dort wieder abzustoppen, sondern Sie können die Atmosphäre benutzen, um abzubremsen. Sie nehmen also ein Hitzeschutzschild mit und können dann mit diesen die komplette Geschwindigkeit abbauen und können sich das an Delta V sparen. Und so ist es zum Beispiel, dass das Delta V von der Erde bis zum Mars nur 14,5 Kilometer pro Sekunde beträgt. Das ist alles immer nur für den Hinweg berechnet. Sie müssten natürlich auch genug mitnehmen, um wieder zurückzukommen. Wenn man jetzt das Ganze durchrechnet, dann sieht man auch, dass man alleine bis zum Erde, Mond Lagrange Punkt 1 schon 13,8 Kilometer pro Sekunde benötigt. Aber von diesem Punkt zum Mars sind es nur 1,2 Kilometer pro Sekunde, die eine Rakete bereitstellen muss, wenn man davon ausgeht, dass man auf dem Mars durch die Marsatmosphäre abbremsen kann. Da sehen Sie also schon, wenn man wirklich Treibstoff auf den Mond herstellen könnte, müsste man den nur in den Mondorbit bringen, was bedeutend einfacher ist, als aus dem Erdorbit etwas erst mal zum Mond zu bringen. Und könnte dann mit relativ wenig energetischen Aufwand zum Mars fliegen. Jetzt können Sie sagen, naja, so ein paar Kilometer pro Sekunde, das kann ja nicht unbedingt groß die Schwierigkeit sein, aber dem ist nicht so. Jedes Kilogramm Treibstoff, was Sie irgendwann mal zum Ende der Mission brauchen, müssen Sie von Anfang an mitnehmen und vor allen Dingen auch erst mal von der Erde rausheben. Also diese 9,5 Kilometer pro Sekunde, die Sie erst mal von der Erde bis hoch in den geringen Erdorbit brauchen, müssen Sie für jedes Kilogramm Treibstoff, was Sie ganz, ganz, ganz zum Schluss der Mission benötigen, bereitstellen. Und das ist der Grund, warum, wenn diese kleine Rakete hier am Mars landen sollte, müssen Sie erst mal eine riesige Rakete runterbauen, um überhaupt dort hinzukommen. Und da merken Sie schon ein Problem, diese Raketen wären extrem groß und schwer. Und das kann keine nahe Erdorbit-Rakete leisten. Die sind viel zu klein, viel zu leistungsschwach, um uns zum Mond oder sogar zum Mars zu fliegen. Das heißt, wir müssen nur für Mars und Mond eine Großrakete entwickeln. Und die Entwicklung dieser Raketen ist extrem teuer. Und das ist der Grund, warum die Reise zum Mond zurück so schwierig ist. Sie müssen erst mal wieder ein riesiges Budget finden, damit wir die nächste Generation von diesen Hochleistungsraketen bauen können. Bevor ich jetzt Ihnen alle Einzelheiten zum Starship erkläre, möchte ich Ihnen erst mal die SpaceX-Filmenphilosophie erklären. Die ist nicht in der Hinsicht interessant, dass man sich gefragt hat, wie bekomme ich den Preis für einen Raketenstart gesenkt. Und da gibt es nur eine Lösung. Sie müssen diese Raketenteile wiederverwenden. Sie müssen es schaffen, wegzukommen, dass sie alles immer wegwerfen und alles immer wieder neu bauen. Und so hat SpaceX vor vielen Jahren angefangen, erst mal mit Raketen, die nur in den niedrigen Erdorbit geflogen sind, zu testen, wie kann ich diese einzelnen Komponenten wiederverwenden. Sie sehen hier die Falcon Heavy. Das ist schon eine relativ leistungsstarke Rakete, um schwere Teile in den niedrigen Erdorbit zu bringen. Und die besteht aus zwei seitlichen Boostern und dann in der Mitte nochmal einem großen Booster. Das sind alles Teile, die wiederkommen. SpaceX hat es nämlich geschafft, zerstörungsfrei Booster und Raketenteile zu separieren. Was meine ich damit? Bei allen anderen Raketentypen haben sie richtig Sprengsätze dran, die die Booster abspalten, um wirklich sicher zu gehen, dass diese Teile abgespalten werden. SpaceX schafft es, diese Teile zerstörungsfrei abzutrennen und kann dann diese Booster wieder, wie Sie in diesem Video sehen, auf der Erde landen. Das ist unglaublich, welche technische Leistung dahinter steckt. Sie müssen sich vorstellen, diese Teile sind immer noch 40 Meter hoch, liegen selbst leer noch 22 Tonnen, die da vom Himmel zurückfallen. Übrigens vollbetankt hat jedes dieser Module 430 Tonnen gewogen und somit schafft SpaceX die Kosten für einen Raketenstart zu halbieren. Die Idee von SpaceX ist also, Raketenstarts wie Flugreisen anzubieten. Erinnern Sie sich vielleicht an Ihre letzte Urlaubsreise mit Ihrem Billigflieger der Wahl? Genau das Gleiche möchte SpaceX mit Raketen anbieten. Das heißt, überlegen Sie mal, wenn Sie ein Flugzeug besitzen würden, ein Flugzeug verdient nur Geld, wenn es fliegt. Das heißt, Sie haben ein Interesse, so schnell wie möglich die Leute ins Flugzeug zu bekommen, so viele wie möglich ins Flugzeug zu bekommen, dann an das Ziel zu fliegen, so schnell wie möglich die Leute wieder aus dem Flugzeug zu haben, nachtanken, die neuen Leute rein und die Zeit auf dem Boden zu minimieren und sofort wieder abzufliegen. Das ist die gleiche Idee, die SpaceX verfolgt. Und das zeige ich Ihnen hier mal anhand dieser Folie. Also man hat die Integration und die Tests der Raketenkomponenten so optimiert, dass man innerhalb von heutzutage noch zwei Monaten, man möchte aber zu einem Tag kommen, diese komplette Rakete wiederverwenden kann. Man bringt dann die Rakete mit der neuen Nutzlast, also den Satelliten zum Beispiel, wieder zur Startrampe, tankt die Rakete voll, startet diese, diese fliegt in den Orbit, setzt den Satelliten aus. Nun werden die Raketenkomponenten, wie Sie gerade in dem Video sehen konnten, wieder gelandet. Und man fängt dann wieder an, den Kreis zu schließen, dass man sozusagen diese Komponenten wieder in die Integrationshalle nimmt, die Tests durchführt und wieder für die nächste Rakete vorbereitet. Das funktioniert nur und noch besser, wenn Sie Ihre Raketentechnik haltbarer und haltbarer und haltbarer machen. Das heißt, wenn Sie nachher in ein System eintreten können, dass Sie wissen, jeden Booster können Sie ohne Probleme zum Beispiel zehn oder hundertmal verwenden, dann sind Sie wirklich da, wo Sie mit dem Flugzeug sind. Sie können auch mit dem Flugzeug mehrmals fliegen, bevor es wieder einen Wartungszyklus durchlaufen muss. Und das ist genau das gleiche System hier. Dann haben Sie natürlich eine extrem hohe Wiederverwertbarkeit, eine geringere Wartung und dadurch können Sie einen Preis anbieten für einen Raketenstart, der unschlagbar ist. Und so hat SpaceX auch das Starship entwickelt. Der Name Starship ist ein bisschen verwirrend, weil er bezeichnet sowohl den oberen Teil des Raumschiffes als auch die komplette Rakete. Starship ist insgesamt 121 Meter hoch. Sie sehen hier mal ein Vergleich, wie groß Menschen sind, wenn man auf diesen kleinen Bereich zoomt. Diese Teile, so eine Art Flügel, die sind auch neu in diesem Raketensystem, weil die brauchen Sie, um nachher diesen kompletten Booster wieder zu landen. Sie brauchen da Teile, um in der Atmosphäre Kontrollmanöver durchzuführen. Das Starship besteht insgesamt aus zwei Stufen. Beide sind wiederverwendbar. Handelt es sich einmal um das Starship selbst, aber auch um den Booster. Das Starship ist allein 50 Meter hoch, 9 Meter im Durchmesser, 1200 Tonnen schwer und liefert 1500 Tonnen Schub. Der Super Heavy Booster, wie das untere Teil genannt wird, ist 71 Meter hoch, bringt es sogar auf eine Masse von 3600 Tonnen und ist mit 33 Raptor-Triebwerken ausgestattet. Der Gesamtschub beträgt 7700 bis später mal 9200 Tonnen. Das heißt, diese Triebwerke, das wird alles weiterentwickelt, um die Leistungsfähigkeit dieser Rakete zu steigern. Und somit können Sie mit diesem Gefährt 150 Tonnen in den niedrigen Erdorbit reinheben. Die 33 Triebwerke sind in mehreren Strukturen angeordnet. Sie haben hier außenrum einen Kreis von Triebwerken, dann haben Sie hier drin einen Kreis von Triebwerken und dann gibt es nochmal drei in der Mitte. Und um die Rakete zu steuern, da können Sie hier mal ein Video sehen. Das ist jetzt nicht das Design der Falken, aber Sie sehen, wie diese inneren Triebwerke bewegt werden können. Und so kann man den Schub beim Start oder auch wenn man Kursänderungen vornehmen will, ändern. Ein anderes Prinzip von SpaceX ist, es einfach mal zu versuchen. Heutzutage ist es so günstig geworden, Sensoren, Kameras und so weiter einfach mal an der Rakete anzubringen, um Daten zu sammeln, dass sich SpaceX sagt, bevor wir sehr, sehr lange immer wieder testen, bauen wir einfach alles mal zusammen, starten es und nehmen völlig in Kauf, dass es vielleicht nicht funktioniert. Das ist eine Vorgehensweise, die NASA niemals anwenden würde, aber dadurch ist natürlich SpaceX auch in der Entwicklung der Raketen bedeutend günstiger. Und so kam es am 20. April 2023 zum allerersten Versuch, ein Starship zu starten. Man ging davon aus, dass gar nicht alles funktionieren wird. Allein das Abheben war damals schon als Erfolg. Und gucken Sie jetzt mal genau auf der rechten Seite der Rakete, da sehen Sie Teile hochfliegen. Dazu komme ich gleich nochmal. Die Rakete hob damals erfolgreich ab. Man kann jetzt hier außen sehen, wie viele Triebwerke noch funktionieren. Sie sehen also, wir haben bereits drei Triebwerke verloren. Man sieht jetzt auch gleich bei der Rakete selbst, dass hier immer wieder kleinere Explosionen stattfinden, wo Triebwerke beschädigt werden. Und Sie sehen dann auch hier drin, dass diese Triebwerke dann auch gleich ausfallen und komplett fehlen. Und das war damals für mich, als ich das gesehen habe, schon die Überraschung, dass man heutzutage Raketen starten kann, wo komplette Triebwerke explodieren, neben anderen Triebwerken sitzen und trotzdem fliegt die Rakete weiter. Sie sehen, dass wir also jetzt schon insgesamt vier Triebwerke verloren haben. Hier sehen Sie die Geschwindigkeit der Rakete, hier die Höhe, hier wie viel Methan und wie viel Sauerstoff wir noch haben. Und Sie sehen auch weiterhin, dass Triebwerke verloren gehen. Und hier sieht man auch wunderbar, dass diese Ringe, die ich eben beschrieben habe, nicht mehr komplett brennen. Das sind alles die Triebwerke, die bereits kaputt gegangen sind. Zum Schluss musste diese Rakete sogar gesprengt werden, weil man die Trennung vom Starship, von der oberen Stufe, nicht vornehmen konnte. Aber man hatte sehr viele Daten gesammelt und hat sich natürlich dann gefragt, warum sind diese Triebwerke ausgefallen? Was ist mit den Triebwerken schiefgelaufen, damit diese den Geist aufgaben? Die Antwort auf diese Frage war relativ leicht zu finden. Man musste sich danach nur angucken, wie der Startbereich aussah. Das ist der Bereich, auf dem die Rakete gestartet ist. Hier war mal eine Betonplatte, mehrere Meter dick. Sie können sehen, dass durch diese enormen Kräfte beim Start, die Hitze, der Druck, die Temperatur, die komplette Betonbodenplatte pulverisiert wurde. Und die Trümmerteile sind in die Rakete von unten eingeschlagen und haben gleich zum Anfang Triebwerke beschädigt. Das ist der Grund gewesen, warum diese Triebwerke kaputt gegangen sind. Es waren also nicht die Triebwerke selbst. Außerdem können Sie sehen, das sind alles Aufnahmen aus der Startsequenz, wie viele Betontrümmerteile in diesem Bereich rumgeflogen sind. Es standen dort Kameraautos rum, die wurden alle schwer beschädigt. Selbst in mehr als acht Kilometer Entfernung konnte man noch Betonreste von dieser Startregion finden. Somit war eigentlich klar, was man verbessern muss. Wie man innerhalb des Apollo-Programms aus den Fehlern gelernt hat, das können Sie sich auch gerne noch mal im ersten Teil der Serie Die Rückkehr zum Mond angucken. Das finden Sie hier rechts oben oder hier unten in der Videobeschreibung. Die Lösung beim Starship-1-Start war relativ klar. Man musste den Startbereich verbessern. Hier wurde eine Stahlplatte eingearbeitet. In dieser Stahlplatte gab es Löcher und durch diese Löcher konnte man Wasser durchdrücken. Insgesamt benötigt man etwa 1,3 Millionen Liter Wasser, die die Wärme, den Druck, aber auch den Schall aufnehmen und so das Überleben dieses Startbereiches sichern. Und so kam es dann am 18. November 2023 zum zweiten Startversuch. Sie können auch hier schön sehen, wie der Wasserdampf nach außen weggedrückt wird und genau diese Energie aufnimmt. Und alle 33 Triebwerke funktionierten fehlerfrei. Das war eine große Verbesserung zum ersten Start, wo man alleine mit diesem Bild sehen kann, dass etliche Triebwerke gefehlt haben. Und hier beim zweiten Startversuch sieht man, wie alle Triebwerke funktionieren. Seien Sie nicht verwundert, dass das hier der Start 1 war und das der Start 2. SpaceX nummerierte die Booster in einer willkürlichen Reihenfolge und daher wurde der Booster 7 für den ersten Start verwendet und der Booster 9 für den zweiten. Wenn man nun guckt, was ist alles gut gelaufen und was ist alles schlecht gelaufen, stellt man folgendes fest. Beide Stufen haben erfolgreich gebrannt. Auch die Stufentrennung hat funktioniert. Es gab jedoch Probleme. Sowohl der Booster hat es nicht geschafft, wieder zurückzufliegen zum Startpunkt. Dieser hat sich getrennt, hat sich gedreht und ist dann explodiert. Im Moment vermutet man, dass es zu sogenannten negativen G-Schocks kam. Das heißt, der ganze Treibstoff, der sich eigentlich unten bei einer Rakete beim Start befindet, klatschte auf einmal auf die andere Seite. Und als dann die Triebwerke wieder versucht haben zu zünden, gab es Explosionen und die Raketenstufe wurde auseinandergerissen. Beim Starship ist noch nicht ganz klar, was da passiert ist. Das ist nicht auch fast bis zum Ende geflogen und dann hat man den Kontakt verloren und später ist man auch davon ausgegangen, dass dieses auch explodiert ist. Gleichzeitig kann man bei den Startvideos sehen, dass das Starship, was auch Hitzekacheln besitzt, immer wieder Hitzekacheln verliert. Je länger es fliegt, desto mehr Hitzekacheln fallen ab. Auch dieses Problem muss man natürlich bei weiteren Starship-Starts beheben. Der Startbereich selbst hatte nur sehr minimale Schäden. Das ist natürlich auch interessant zu wissen und auch dort würde man weiter Verbesserungen vornehmen und das für die Zukunft vermeiden. Wir befinden uns nun bereits schon wieder in den Vorbereitungen für den Starship-3-Start. Dieser könnte sogar noch in diesem Jahr oder spätestens Anfang 2024 stattfinden. In der Zukunft wird man an dieser Rakete weitere Verbesserungen vornehmen, um dieser SpaceX-Philosophie gerecht zu werden. Man verbessert jetzt schon die Raptor-Triebwerke, dass sie noch leistungsstärker wären. Es gibt schon eine neue Version jetzt, die hat einen noch höheren Brennkammerdruck, kann dadurch noch mehr Schub entwickeln und ist auch hitzebeständiger. Man kann daher ein Hitzeschutzschild, was man zwischen den Triebwerken hat, rausnehmen und spart Masse. Auch die Treibstofftanks möchte man strukturell verkleinern, also weniger Masse benutzen und hat so eine noch höhere Nutzlast. Es ist daher auch hier ein Ziel ganz klar erkennbar, wirklich zuverlässige Raketentechnik zu entwickeln, die ganz kurze Wartungszeiten benötigt, um somit auch innerhalb von einem Tag einen neuen Starship-Start wieder durchzuführen. Wenn wir uns nun fragen, wie geht es denn eigentlich weiter auf der Reise zum Mond, dann steht als nächstes großes Highlight der Start von Artemis II an. Das ist nicht vor dem November 2024, wie es die NASA im Moment beschreibt. Und das wird aber das erste Mal sein, dass wieder eine Crew zum Mond fliegt seit den Apollo-Missionen. Dafür verwendet die NASA aber ihr eigenes SLS-System. Das ist diese Rakete, die hier abgebildet ist. Hier vorne befinden sich die Astronauten drin und viele Teile wurden vom Space Shuttle-Programm wiederverwendet. Das Starship ist also eine komplett eigenständige Entwicklung. Hier sehen Sie auch schon die Crew, die dafür ausgewählt wurde, die dann zum Mond fliegen wird. Und das weitere Ziel der NASA ist dann, in einem Mondorbit eine permanente Raumstation aufzubauen. Hier sehen Sie eine ganz frühe Darstellung der Module, die man geplant hat. Nicht alle Nationen, wie zum Beispiel Russland, sind mehr in diesem Projekt beteiligt. Und es ist natürlich fraglich, ob man aufgrund der Strahlenbelastung diese Station permanent wirklich besetzen kann oder nach einer gewissen Zeit auch wieder alle Menschen zur Erde zurückholen muss. Das sind alles Dinge, die man noch erforschen muss. Um dann wirklich auf dem Mond zu landen, braucht die NASA Starship. Die NASA hat diesmal kein eigenes Landesystem entwickelt. Man vertraut da komplett auf SpaceX. Sie sehen hier eine andere Darstellung, wo man hier unten das Raumschiff hat mit den Astronauten, das die Nase bereitstellt. Und hier das Starship, mit dem man dann auf dem Mond landen kann. Die Astronauten würden also an der Mondstation andocken. Einige Astronauten würden in diese große Starship-Rakete, also die Oberstufe, steigen und dann damit auf dem Mond landen. Das würde dann so aussehen. Jetzt kann man sich natürlich generell fragen, und diese Überlegung gibt es auch schon in der NASA, ist es nicht günstiger, alles mit dem Starship zu machen? Es gibt Berechnungen bei der NASA, dass der Start der NASA-SLS-Rakete 2 Milliarden Dollar kostet pro Start. Während SpaceX ein Starship-Start für 40 Millionen Dollar anbieten möchte. Da sehen Sie schon eine riesen Diskrepanz. Und man hat auch den Vorteil, vom Starship werden verschiedene Varianten entwickelt. Es gibt einen Tanker und es gibt eine Einheit für Menschen. Und diese könnten Sie erst beim Erdorbit zusammendocken, dass Starship für die Menschen wieder komplett nachtanken und damit zum Mond fliegen. Oder auch einen Tanker in den Mondorbit schicken und dort eine Starship-Rakete volltanken und zum Mars schicken. Wenn Sie dann zum Mars fliegen, kommt wieder das Hitzeschutzschild, das das Starship besitzt, zu tragen, weil Sie natürlich wieder die Geschwindigkeit rausnehmen müssen. Das ist das sogenannte Delta-V, von dem wir schon gesprochen haben. Und dann kann diese Rakete auf dem Mars landen und auch wieder vom Mars starten. Es ist also wirklich die Frage, braucht man dieses SLS-System der NASA oder kann man sich komplett bei SpaceX einkaufen und zu einem viel günstigeren Preis zum Mond und zum Mars fliegen. Und stehen also spannende Zeiten bevor. Und gerne hinterlassen Sie einen Daumen nach oben, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Oder schreiben Sie Kommentare und weitere Fragen unter das Video. Und bestimmt sehen wir uns zu einem dritten Teil bei der Rückkehr zum Mond wieder. Bis zum nächsten Mal.